Hallo, hallo, der Marc kommt dieses Video zu sehen und dann möchte ich die Tanja. Und die Tanja macht den Bauchnagel-Phasing und wir machen das natürlich wieder im Covid-19-Style. Das Gute ist, dass sieht man die Leute gar nicht mehr und weiß gar nicht mehr, wer da eigentlich wirklich ist. So erkenne ich eh noch keine, wobei es gibt ja keinen Grund, du würdest ja auch ohne Abschluss filmen lassen, oder? Ja klar. So meine Lieben, ich darf den Bauch mal bitte frei machen, dich frei machen lassen. Kannst du mir das T-Shirt einfach unten drunter schieben, zugknoten, irgendwas was dir lieber ist, dass es Senk ist, dass es brauchbar ist. Willst du es denn mit Kürze oder ohne Gieß? Einmal mit Kürze. Mit einem oder mit zwei? Kann ich den unterschieben anschauen? Yes, of course. Sekunde. Also schau. Das ist mit beiden. Und eine heißt halt quasi, dass du dann nur nach oben eine Kugel enthält, oder unten eine Kugel enthält. Dann mit beiden. Mit beiden? Ja, oben, unten. Oder halt nur eine. Ja, ich finde es mit beiden schon auch eine Ecke schöner. In weißen, hellen, blauen und rosa. Anwarz. Gut. Wie bitte? Wie bitte? Wer bist du? Einmal mit sechs. Sechzig. Und wir haben festgestellt, dass dein erstes Piercing, wo wir die Zähne jetzt nicht ganz zu die Wand geschossen haben, die Pistole irgendwann, irgendwo, irgendwie. Das machen wir jetzt auch noch alles vernünftig. Alles, wie gesagt. Du siehst, frisch und steril ist nur wichtig nochmal, gerade auch jetzt, dass die Leute mal in den Kugel, die das wieder sehen. Bei uns sind auch jeder Zahn, dass jeder Schmuck alles frisch verpackt wird. Dann wird das immer für den Kunden aufgemacht, alles wieder desinfiziert, alles sterile psychiert. Das volle Programm, wie ich mache. Gut. Dann desinfizieren wir den Bauern. So. Wo kommst du her? Wie? An und An und an. Ich wohne in der Liebe. Nähe von mir. Okay. Hast du mein Blicken ab dann? 20 Minuten oder Stunde oder halb? Na ja. Dritte Stunden. So. So. So soll es in sechs Wochen wieder kommen, dann kontrollieren wir das Wechsel aus und bis dahin pflegst du es bitte gut. Ich erkläre dir gleich mal die Pflege, was du machen solltest, wie ich machen soll. So. Ist du nervös? Ein bisschen. Ja, es ist nicht schön, aber es ist nichts Tragisches, es geht wirklich zack vorbei und dann werden es nicht so meine Angst haben muss. Gut, dann werde ich den mal raus. Zehn Millimeter hängen und es haben. Ganz gerade stehen. Okay. Okay. Taktik. Schauen Sie sich wieder mit dem Spiegel an. Oben. Unten. Und das Ganze schön tief durch. Schön gerade. Jetzt nochmal sechs und zehn Millimeter länger. Also ganz normal, dass das ist. Bin ich okay? Ja. Gut. Dann werden wir den Stuhl noch abdecken und dann geht es los. Was? Ist der Schullehr eigentlich nicht normal oder was? Ähm, normal nicht. Wie? Auch das. Coronavirus. Wie lange hast du das denn noch so? Ab bitte? Ja. Am dritten. Kann ich nicht mehr schalten. Okay. Aber auch nur kleine Kuchen. Und mit Mund, Nasen, Blüten, oder? Auch im Unterricht, oder? Weil das geht jetzt überall nur das. Manche Schüler würden sagen, sie müssen sichtbar und dann sind gewünscht. Ja, das macht mir jetzt auch Sinn, ey. Liegt bitte her. Kommt hoch. Und nach unten, genau. Jetzt haben wir was Neues. Ich kann jetzt endlich die Kamera umschalten zwischen Vor- und Rückkamera beim neuen Samsung. Das heißt, ich kann jetzt im Video die zweite Perspektive machen. Das heißt, da haben wir endlich mal super Close-Ups, wo alle sich immer geärgern, dass man nichts sieht. Oder zu wenig sieht. Das ist mal ganz gut, dass man endlich mal sieht, was ich da so mache. So. Perfekt. 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 So. Dann müssen wir schon ein bisschen jetzt kurz die Rolle umschlagen. So. Du bleibst mir immer so liegen. Bleib locker. Entspann dich. Befekt schnell. Ich ziehe mir den Schub aus. Wer an und die anderen aus, wollte ich sagen. Dann sehen wir das Ganze. Mal mit Zeit pack ich jetzt auch ganz zum Schluss aus. Gut. Das ist wirklich wie eine Impfung in der Blutabnehmer. Also wirklich macht dich locker. Entspann dich. Bleib ruhig. Und alles wird ganz schwer ganz gut. So. Hände bleiben da einfach sehr dicht dran liegen. Ja. Das war's schon. Super. War es schlimm? Es ging. Aber Nanen eigentlich nicht. schon drin? Ja. Da kommt noch der Glitzersteuer dazu. So. Dann noch ganz kurz eine Sekunde liegen. Ja. Damit der Kreislauf wieder normal wird. Das war's schon. Das war's schon. Ja. 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 Wie fühlst du dich? Gut. Würdest du es nochmal machen? Ja. Das höre ich gerne. So. Wenn du dich fit fühlst, darfst du dich wieder hinstellen. Die Kamera wieder um. So. Oder die. Dann sind wir wieder zurück. Du darfst dich aufstellen. Oha. Das hat immer gut. Ist gut? Ja. So. Ich drehe die Kamera rein und bitte mal hin. Schönen Bauchnabel. Schönen Bauch. Das kannst du dir ja wirklich. Hast du ja wirklich gut gönnt. Und verpülen. So. Da ist es. Frisch gestochen. Mit Nahaufnahme. Ganz neu in den neuen Videos. So meine Lieben. Das war's. Ich gerne noch kurz die Pflege in der Ordnung halber. Dass du es auch immer weißt. Auch wenn du die Videos vielleicht kennst. Das ist wirklich immer ganz von mir. Da kriegst du alles schnittlich mit. Ja. Das war's. Das war's. Ich gerne noch kurz die Pflege in der Ordnung halber. Ich komme dann in den Spray. Ich will das bitte aufbauen. Weil wir drauf. Einfach von außen zu zweimal drauf sprühen. Einwirken lassen. 30 Sekunden. Du brauchst nicht auf die Uhr schon dazu. Einfach eine gefühlte Eindruckzeit abwachen. Dann nimmst du in die Küchenrolle. Die Küchenrolle lassen wir den Spray etwas feucht. Und wischt oben und unten den Dornamen sauber. Da wo du hinkommst. Nicht unten rein. Also nur von den vorderen Bereich wo du hinkommst. Oben und unten. Dann haben wir jetzt gebohrst du den Gel. Nimm den Tropfen auf den Finger. Schmier sie dir ein. Bewege das Kissen hoch und unter. Und das war's. Drei Wochen zweimal im Pfad. Dann drei Wochen dreimal im Pfad. Das ist sechs Wochen im Stück. In sechs Wochen bist du hier. Dann wechseln wir das bisschen aus. Zum Schmuckstück. Etwas kürzer. Etwas enger. Und dann auch alles gut verwandelt ist. Und wie lange darf ich keine Reimels Schienes tragen? So. Würde ich empfehlen. Es gibt Kunden, die tragen nach zwei oder drei Reimels. Die haben kein Problem. Es gibt Kunden, die kriegen massive Problem. Das müssen wir wirklich abwägen. Und ich würde es nicht riskieren. Der Weg zur Nutzung ist sehr lang. Entzündet ist schnell. Entzündet ist wieder noch da und lang. Wenn es geht, so eine Hose. Das ist ja perfekt. Wenn du jetzt im Auto sitzt oder so. Schau hier drauf, dass du nicht beim sitzen bist. Die ist schon sehr hoch. Achter da drauf. Und ansonsten, klar. Alltag geht nochmal weiter. Bauchfrag hätte nicht sein. Frag vom Schlafen im Topf. Irgendwas, was drüber ist. Und daheim. Klar kann das Bauch daheim sein. Aber die Öffentlichkeit ist nicht mehr. Aber Tools. Eigene Tools. Wo wenig Flore drin ist. Deshalb macht es auch ein paar Meiden. Öffentliche Tools. Im jeden Fall drei Wochen nicht. Haare waschen nun für den Sport anbauen. Okay. Gut. Hast du Fragen? Ah, die sind an. Dann gebe ich sie immer mit. Ich bitte nochmal das Bild. Schön geht. Dann sind wir fertig. Ich danke dir fürs Kommen. Für deinen Vertrauen. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns immer mal ohne Masken. Die Wandertzeit wird noch ein bisschen dauern. Euch danke fürs Zuschauen. Ihr danke fürs Filmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.